Maria Sharapova mag zwar im Tennis gegen Serena Williams verloren haben, aber in Sachen Bikini-Body schlägt sie sie um Längen. Die russische Tennisspielerin ist in Cancun, Mexiko, wo sie offensichtlich einen schönen Urlaub mit einer Freundin macht. Und irgendwie passt dieses Fleckchen Erde gut zu ihr. Die 26-Jährige macht eine gute Figur in ihrem schwarzen Bikini, während sie an der mexikanischen Küste spaziert. Und trotz der Idylle denkt sie wahrscheinlich noch immer an Tennis. Es wurde berichtet, dass Maria auf Platz 9 der WTA-Rangliste abrutschte. Ihre schlechteste Position seit drei Jahren. Ganz so weit wie ihr Bikini ist sie scheinbar nicht hinabgerutscht. Sei's drum, wir sind sicher, ein bisschen Entspannung am Strand ist genau das, was sie braucht, um sich zu erholen. Sie weiß, wie man eine Niederlage hinter sich lässt. Ein bisschen Entspannung am Strand ist die Erachterung.